Hallo und herzlich Willkommen im, ja, so gespielt. Und das hier, das ist das Spielzimmer, das offizielle neue Spielzimmer, das wir in dreieinhalb Wochen beziehen werden. Das bedeutet, im Hintergrund werdet ihr in dreieinhalb Wochen oder vier Wochen dann beigespielt auf jeden Fall das Spielregal im Hintergrund sehen. Ich hoffe, dass der Schall dann ein bisschen weniger ist, weil ihr merkt, der Schall ist extrem heftig. Ich habe, ich muss es euch auch sagen, richtig krass Rückenschmerzen den ganzen Tag hier stehen und ackern und malern und Malervlies aufkleben und so. Ey, es ist die Hölle. Es ist wirklich richtig heftig. Es macht natürlich auch Spaß, aber da wir jetzt ein bisschen Zeitdruck haben, weil der Boden, ja, der Boden muss soweit rein, also eigentlich nächste Woche. Bedeutet, wir müssen halt in der Woche richtig durchziehen, damit wir dann nächste Woche, ja, den Bodentypen hier haben kann. Weil, ganz einfach, der hat nämlich dann drei Wochen Urlaub. Entweder macht er das dann jetzt fertig oder wir müssen drei Wochen warten und wollen wir warten. Ey, auf gar keinen Fall. Also ganz ehrlich, ich bin jetzt froh, wenn wir dann hier einziehen können endlich. Ich freue mich auch darauf. Deswegen die erste, erste Aufnahme für euch direkt aus, ja, aus dem gespielt Zimmer dann. Oder das Spielzimmer. Ich habe hier, nervt mich, also tut mir leid, wenn ihr jetzt merkt, was macht der da. Ich habe hier so einen tollen Kleber an den Fingern. Das nervt, das puhlt man immer so ab. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Irgendwie cool und irgendwie nervt es trotzdem. Egal, ich versuche es mir abzubehüllen, gerade jetzt für gespielt. Und ich freue mich jetzt mit euch zusammen eine Runde gespielt zu machen, weil ich hatte ja letzte Woche gesagt, ey, wir werden so viel gespielt, Videos oder prozesse Spiele im Video haben, damit ihr richtig, richtig Spaß habt. Tja, haben wir es geschafft? Auf gar keinen Fall. Es tut mir auch total leid, aber irgendwie, wir haben ganz gut gestartet mit Montag. Und am Montag haben wir ein Spiel gespielt, wo ich auch richtig stolz bin, dass wir es endlich gespielt haben, weil es ist ein Spiel, von der Berlin Brettspielkon, und zwar das letzte, vom letzten Jahr, das letzte Spiel, was wir dort mitgenommen haben. Und, äh, ja, dann geht's ab mit Gespielt. Das ist das wertvolle kleine Stück, und zwar Konvoi heißt es. Ein Ignazi Trevicek. Tja, und ein Ignazi Trevicek hat natürlich eine Bewandtnis. Es sind eigentlich immer ganz coole Spiele. Hier muss ich sagen, es ist ein Zwei-Personen-Spiel, steht drauf, 30 bis 40 Minuten. Ich weiß nicht, wer so spielt, weil wir haben, glaube ich, annähernd anderthalb Stunden bis zwei Stunden gespielt, ähm, denn wir zwei Personen kämpfen gegeneinander, wie in vielen Zwei-Personen-Spielen. Nicht in allen, aber in vielen ist es natürlich so, dass man halt dort gegeneinander antritt. Und was müssen wir nun machen? Wir haben eine Stadt. Und wir müssen versuchen, als Menschen diese Stadt zu beschützen. Und, äh, es gibt auch diesen, so genannten, die Moloch, des Moloch, was, äh, im Grunde Androidenroboter und so weiter sind. Die greifen diese Städte an. Ja, und das kann man nun mit Karten machen. Und diese Karten haben Karteneffekte und die triggern natürlich einiges. Und damit haben die auch die Möglichkeit, Karten von einem Ort zum anderen zu schicken und so weiter und so weiter. Voll coole Idee, voll coole Sachen. Denn man kriegt auch in dieser Stadt, in einem Stadtteil, den man angreift und gewinnt ein Wohnungs. Tja, aber so einfach, wie es sich anhört, ist es leider nicht. Es bedeutet, dass wir dauernd die Regeln geguckt haben. Und ehrlich gesagt, bei diesen kleinen, kleinen Spielen finde ich es immer wieder erstaunlich, dass man halt ein cooles Spiel reinpackt, aber die Spielregeln grundsätzlich nicht gut sind. Ja? Äh, hier ist es genauso. Es ist auf jeden Fall ein cooles Spiel, definitiv, aber man hat schon am Anfang das Problem so, welche Zeichen machen denn was? Und es gibt keine Übersichtskarte hier drin. Wie ich schon tausendmal gesagt habe, Leute, andere Spiele schaffen das auch, wenn ihr Spiele kreiert, ja, an Designer. Und ihr habt so viele Symboliken da drauf, ähm, dann hört doch mal auf, das in das Heft zu kritzeln. Das könnt ihr natürlich auch, aber macht doch mal eine Karte fertig, die ich als Spieler habe, wo ich ganz genau ablesen kann, was ich machen kann. Das gibt es doch zu hoch bei Spielen. Warum schaffen das einige nicht? Vor allem, und das muss ich halt ganz ehrlich sagen, wenn es halt drei Symbole sind, dann kann ich mir die wahrscheinlich noch irgendwann mal merken, das ist gar nicht so schlimm. Aber hier hat jede Symbolik was Neues irgendwie, und man denkt sich so, ey, ich werde gleich irre, jetzt muss ich wieder dieses Heftchen wälzen, um rauszufinden, was ich machen kann mit dieser Karte. Tja, das ist halt ein bisschen schade, weil Cornwall hatte uns schon so ein bisschen angezeigt, weil es im 51st State-Universum ist, ähm, Neuroschima-Hex-Style, aus diesem gesamten Sortiment kommt es, und das ist natürlich echt cool für jemanden, der Neuroschima-Hex liebt, im 51st State sowieso, ähm, tja, was soll ich sagen, ich finde es nicht gut. Leider nicht. Zum Glück haben wir es gespielt und ausprobiert, mit Sicherheit gibt es auch draußen welche, die das echt cool finden. Ich weiß nicht so richtig, nein, nicht meins. Dann hatte unsere Freundin Geburtstag, und wie ihr seht, habe ich es nicht dabei, aber ich blende es jetzt ein, und das ist ein Spiel, was relativ neu ist auf jeden Fall, und was ich aber sehr cool finde, weil wir haben es dann auch einfach in den Briefkasten geschmissen, und haben dann gesagt, da unten im Briefkasten ist was, was wir nicht rauskriegen. Tja, dann ist aber nicht sie gegangen, sondern ihr Mann und ihr Sohn. Egal, wir haben es dann an dem Geburtstagabend dann auch gespielt, und ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat es gut gefallen. Es ist natürlich wieder so ein typisches Escape-Room-Style, man hat viele Dokumente, man hat viel zu lesen, man hat viel herauszufinden, wer hat was mit wem zu tun, aber das Coole daran ist auf jeden Fall, es steht auch extra drauf, benutzt das Handy. Tja, und was sollte man dann tun? Genau das Handy mal benutzen. Man muss auch ein bisschen um die Ecke denken, und manchmal hat irgendjemand am Tisch dann eine richtig coolen, einfallende, coole Idee, dann macht man das und staunt und sagt, wow, das ist cool. Also das kann ich euch wirklich empfehlen, weil es hat echt viel Spaß gemacht. Das ist ein wirklich schöner Briefumsschlag, der wirklich groß ist, ihr habt ganz viel Material. Wenn ihr also gerne lesen wollt und Detektivarbeit machen wollt, das ist ganz wichtig, dann tut euch da keinen Zwang an, weil ich finde es einfach echt cool. Also da hat sich jemand wieder mal so ein richtig cooles Spiel empfangen lassen, und was ich auch sagen muss, es ist halt einsteigerfreundlich. Wir haben es auch geschafft, wir haben es komplett gelöst zu 100% und das war dann aber auch relativ klar, weil wir haben halt das Problem, dass wir mittelmäßige Spiele einfach nicht schaffen. Da sind wir einfach zu doof für, haben da kein Interesse, oder bin ich zumindest nicht, aber das war ehrlich gesagt ganz cool. Ja, was war dann? Ich muss jetzt ein bisschen überlegen, weil ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig weiß, was wir noch gespielt haben. Doch, jetzt weiß es wir. Am Samstag, wir hatten ja wirklich viel gemacht und so weiter, und dann kam der Samstag, und da haben wir ein richtig cooles Spiel ausgepackt. Hexen 1733, unser aktuelles Rollenspiel, wir spielen natürlich noch Mutantia 0G, Labo Alpha, aber wir haben gerade eine neue Runde begonnen, mit neuen Leuten auch, und da haben wir gesagt, Hexen 1733 hört sich einfach als Setting cool an, und da möchten wir mal einsteigen. Wir spielen aktuell in Hanau, in einer Stadt in Deutschland, und ja, das ist ziemlich cool und abgefahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, den zweiten Teil jetzt rauszuhauen, also von der Geschichte, also wieder neu zu planen und so weiter, das dauert dann bei mir manchmal bis nachts um 12, 1, bis ich Charaktere selber gemalt habe, denen eine Geschichte verpasst habe, also NSCs, die auftauchen können, und ja, noch ein paar Verzweigungen und Extrakarten und so weiter und so weiter. Auf jeden Fall ist es bei mir meistens so, wir wissen schon, wann wir wieder spielen, und ja, jetzt muss ich das Haus fertig machen, und komm wieder nicht dazu, und ich wette, eine Woche davor wird wieder gesagt, denk dran, am Samstag spielen wird, und ich sag so, äh, was, eine, ich hab gar keine Zeit, und dann muss ich mich wieder heransetzen und die Geschichte weiterstrecken. Ja, ganz einfach, was ist passiert, ganz schön viel, muss ich sagen, denn in Hexen 1733 ist in Hanau eine Sache, die schon mal passiert ist, und zwar die Glocke, die läutet nicht mehr, die ist kaputt gegangen, und das wollen die Protagonisten erstmal rausfinden, beziehungsweise ist es nicht ihr Hauptziel, aber schon mal ein Ziel, denn in Hanau pünktlich, zu einer gewissen Zeit, läutet diese Glocke. Ja, sie ist aber kaputt. Also, was passiert da? Wenn diese Glocke Leute, dann passiert immer irgendetwas, das bedeutet, an einem Tag haben wir einen Überfall gehabt, direkt am Tor von Hanau, die haben eine intakte Steinbrücke gebaut, die eigentlich relativ cool ist, und genau da war der Angriff, und da kam ein Teil unserer Protagonisten vor. Beim zweiten Teil hatte, oder der zweite Gruppe hatte das nicht, sondern haben andere Sachen bekommen, die darf ich jetzt nicht verraten, ja, weil sonst würde ich für die Leute, die das Spiel mit spielen spoilern. Zusätzlich haben sie aber auch, jeder so ihre eigenen Aufträge bekommen, sag ich mal. Trotzdem hat sich die Gruppe, also sechs Mann zusammengefunden im Laufe des Spiels, und jetzt geht es darum, herauszufinden, warum passiert immer was. Ein Teil war zum Beispiel das aus dem Gully, das war eine Ehrung für die Rettung von Hanau, und aus diesen Gullis kam Blut. Knöcheltief, rausgesprudelt, und das kann nicht mit rechten Dingen. Tja, noch viel, viel mehr natürlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde dieses Setting einfach wirklich wunderbar, man kann da richtig gut abgehen, man kann auch wirklich tolle Kämpfe erleben, und da ist so viel Potenzial drin, dass das als Spielleiter einfach wirklich, ja wie soll ich sagen, wie ein Spielplatz ist, wo man eigentlich nur noch zugreifen muss, um eine Geschichte stricken muss, und schon geht's los. Das Ganze haben wir natürlich mit einem wahnsinnig guten Essen verbunden, dass wir dann unsere Freunde haben für uns Burger gemacht, dann haben wir Burger gegessen, und dann ging es ins Spiel rein, und ja, es ist einfach, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber Rollenspiele sind halt Herz und Seele, also genau das, was eigentlich mein, ja, was mir einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Am Sonntag haben wir Quacksalber von Quedlinburg gespielt. Warum haben wir Quacksalber gerade gespielt? Ich meine, ein älteres Spiel, was ein gutes Spiel ist, keine Frage, aber wir hatten letztes Mal uns unterhalten mit unseren Freunden und haben gesagt, Mensch, wir haben ja auch das und das Spiel gespielt, und das und das, und dann haben sie gesagt, ja, das habt ihr mit uns noch gar nicht gespielt, und da habe ich gesagt, oh, wir haben Quacksalber von Quedlinburg mit euch nicht gespielt? Ja, dann packen wir es raus. Ja, und das ist ein wahnsinnig gutes Spiel, muss ich immer wieder sagen, aber ein Problem haben wir da, weil wir haben bei Quacksalber von Quedlinburg, ähm, ja, ich hab da mal gewonnen, und jetzt nicht mehr. Das finde ich unglaublich unfair. Da, ich weiß nicht, jetzt ist es nicht mehr mein Spiel der Spiel. Nein, Spaß beiseite. Was müssen wir tun? Ganz einfach, wir haben die Aufgabe, Quacksalber von Quedlinburg, versuchen, aus unserem Beutel kleine Chips rauszunehmen, die wir in unser Kessel legen, immer abhängig davon, welche Zahl da draufsteht, aber diese Plättchen haben auch Funktionen, und das finde ich halt richtig gelungen, das macht richtig Bock, weil man hat sozusagen ein Deckbilder als Beutel, ja, indem man Chips reinpackt. Dann schüttelt man, dann holt man die entsprechenden Chips raus, und man darf nicht mehr als sieben Knallerbsen ausliegen haben, weil sonst explodiert der Kessel. Dafür bekommt man wieder Siegpunkte, dafür kann man aber auch wieder einkaufen, wie bei einem Deckbilder genau, und wenn man fertig ist mit dem Kessel und alles eingekauft hat, kommen diese gesamten Chips wieder in den Beutel rein, man mischt ihn, und die nächste Runde geht los. Also sehr easy peasy das Spiel, aber es macht wahnsinnig viel Spaß, man muss auch wirklich planen, welche Chips mag ich denn jetzt hier, welche Sets wurden schon gewählt, weil das macht auch nochmal eine Sache aus, und jede Runde gibt es eine Karte, die man zieht, und diese Karte hat eine Funktion oder eine Möglichkeit, was jetzt passiert, was alle bekommen, oder wenn man besonders irgendwas macht, dann bekommt man nochmal ein paar Punkte, und das ist richtig cool. Was ich aber besonders gut finde, sind die Rattenschwänze. Bedeutet, wenn wirklich einer auf der Siegpunktleiste richtig weit wandert, dann zählt man die Rattenschwänze dazwischen, und die bekommt man sozusagen als Bonus im Kessel schon dazu, damit man das so ein bisschen ausgleichen kann. Aber, wie gesagt, ich werde es nicht mehr spielen, ich habe schon wieder verloren. Und das bei einem meiner Lieblingsspiele, ich habe keinen Bock mehr. Ständig verliere ich, das macht keinen Spaß. Naja. Quack selber, konkret mit dem Bock. Tja, und hier seht ihr wieder ein Spiel, was wir nicht haben, ich blende es aber ein, und zwar Contact. Ich glaube, so hieß es. Ich fand's cool. Ist wirklich nur eine ganz kleine Minibox. Hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm. Ich weiß, ich habe es mal irgendwann gesehen, aber dachte mir so, ja, was soll ich denn da jetzt habe ich gar keine Lust eigentlich. Dann hat er aber eine Freundin oder unsere Spielfreundin mit ihrem Freund oder ihr Mann, besser gesagt, das geschenkt. Und dann habe ich jetzt am Ende gesagt, naja, so viel Zeit haben wir jetzt nicht mehr. Haben wir noch einen Absacker, die man spielen kann. Und dann haben wir uns Contact einfach mal vorgenommen. Und es ist echt cool. Man hat eine Rakete in der Mitte, man hat ein paar Planeten, man zieht Karten und jetzt hat man die Möglichkeit, nach dem Schwierigkeitslevel die entsprechenden Karten halt zu nehmen. Also ob man jetzt zwei Karten nimmt oder sechs Karten. Und die signalisieren im Grunde diese Planeten, wo man halt hinfliegen könnte. Aber derjenige, der die Quelle ist, der darf nichts sagen. Der darf nur mit der Hand sozusagen auf den Tisch. Und wenn er losfliegt, macht er die Hand hoch. Und wenn er ankommt... Das war's. Das kann ich nun dreimal nochmal abfragen und kann überlegen, wo könnte er denn jetzt einen Zwischenstopp gemacht haben, um zum nächsten Planeten zu fliegen. Und dann kann ich das herausfinden und sagen, BÖ. Und wenn es stimmt, dann bekommen wir die Siegpunkte als gemeinsames Ziel. Denn wir sollen mehr oder näher an die 42 rankommen, an die Gesamtzahl, die man schaffen könnte. Tja und dann ist das Spiel eigentlich schon wieder fast vorbei. Beziehungsweise nein, denn wir müssen ja die Karten abarbeiten und die Quelle wird immer ein anderer Spieler. Wenn wir es nicht schaffen, kommt die Karte raus und wir haben natürlich die Siegpunkte nicht. Das bedeutet, wir kriegen kein Minus, aber wir haben die Siegpunkte nicht. Und das ist schon echt ein sehr feiner Absacker. Also mir hat es wirklich gut gefallen. Hätte ich jetzt auch so nicht gedacht, dass das so cool ist. Aber toll. Kann man mal spielen und dann ist auch gut. So, das. Ja, das war mal das neue Gespieltformat. Ich hoffe, es gefällt euch. Natürlich wird es nächste Woche nicht hier sein. Weil der Fußboden kommt rein. Ich weiß dann, nein. Ich müsste es ja dann auch alles wieder rüberschaffen. Aber ihr habt es schon gesehen, ihr könnt euch also auch genauso drüber freuen wie wir, wenn wir endlich wieder hier einziehen. Das wird am 1.8. der Umzug sein. Und, äh, 1.8., ja, genau. 1.8., dann machen wir schön Party. Und dann gibt es ein Gespielt. Ganz klar. Und zwar hier. Leider habe ich noch keinen richtigen Sitz. Hm, also Sessel ist erstmalig. Mal gucken. Spieltisch, äh, ist auch noch nicht. Kommt aber auch. Da werdet ihr auf jeden Fall ein bisschen was sehen, wie ich meinen Brettspieltisch baue, weil wir haben ja echt alles mögliche geplant schon. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf holen. Da werde ich euch mitnehmen auf jeden Fall auf die Reise. Und dann werden wir mal gucken, was wir für einen coolen Brettspieltisch machen. Und wie wir dann endlich darauf spielen können. So, das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, auch mit Hall und Echo, ähm, dann ein Daumen hoch, ein Abo wäre cool. Schreibt was bitte unter die Kommentare. Wenn ihr irgendwas wissen wollt, irgendwelche Informationen, gerade über Hexen 1733, wie wir spielen, habe ich extra Fotos reingemacht, wo ich gefragt. Bitteschön. Gerne, wenn ihr also Fragen habt, Wünsche, Äußerungen, dann tut euch das auf jeden Fall an. Schreibt einen kleinen Kommentar rein. Und ich versuche, die Wünsche zu erfüllen. So, bis dahin macht's gut. Ich muss ganz schnell das Video drehen, weil ich muss morgen wieder weiter am Haus arbeiten. Und dann sehen wir uns Freitag. Ich hab's angedroht. Ich werde's auf jeden Fall machen. Ich gibt, äh, es gibt einen kleinen Content von mir am Freitag. Da könnt ihr euch drauf freuen, ab 19 Uhr. Und dann sehen wir uns spätestens am Sonntag. Also macht's gut, bleibt gesund, ähm, genießt die Woche. Bis dahin, euer Tico. Bis dahin, euer Tico. Bis dahin, euer Tico.